Wenn du willst, dass deine Musik klingt wie die großen Hits oder zumindest wie deine Lieblingsmusik, dann orientier dich doch auch genau daran. Nicht nur musikalisch, sondern eben auch was die Produktion angeht. So oder so ähnlich könnte mein Rat lauten, wenn du bei deinem Song mit den Akkorden, mit Beat, mit Melodie und Text zwar zufrieden bist, aber die finale Produktion einfach nicht so groß und cool klingt wie deine großen Vorbilder. Aber erfolgreiche Produktionen, damals wie heute, sind auch wirklich gespickt mit Kleinigkeiten, mit Effekten und mit Gimmicks, die man oft auch gar nicht so gut richtig gut hören kann. Deshalb zeige ich dir auch heute einfach mal einen einfachen Trick, wie du mit einem kostenlosen Plug-in hinter die Fassade einer Produktion schauen kannst. Lass dich da einfach mal inspirieren von dem, was du dort hörst und bestimmt ist da die eine oder andere Anregung für deinen nächsten Song mit dabei. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und du bist zu Gast in meinem Adventskalender Präsentiert von Monkey Banana Storia Mastering Ghosthack.de Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und falls du neu hier sein solltest, ich bin Jonas vom Recording-Blog und ich zeige dir hier in über 500 Videos jede Menge Tipps und Tricks, die dir dabei helfen sollen, dass deine Musik demnächst noch besser klingt, noch mehr so klingt wie die Musik, die du normalerweise im Ohr hast von deinen großen Hits, von deinen großen Vorbildern oder von den Hits vielleicht sogar im Radio. Und dieser Tipp heute ist auch einer von diesen fantastischen Tipps, mit dem man ganz kostenlos einfach mal hinter die Fassaden einer Produktion schauen kann. Und alles, was du dazu im Prinzip nur benötigst, ist ein kostenloses Plug-in. Und das kostenlose Plug-in heißt BX Solo und kommt von der Plug-in Alliance. Ich mache es hier mal gerade auf. Und BX Solo hat die tolle Funktion, dass man sich da das Mitte-Signal und das Seite-Signal von einer Produktion separat anhören kann. Jetzt wirst du dich fragen, was hast du denn mit Mitte und Seite auf sich? Mitte und Seite sind im Prinzip ein anderer Betrachtungswinkel vom Stereo-Bild, was wir normalerweise haben. Wir haben ja zwei Boxen und man könnte jetzt sagen, aus der linken und aus der rechten Box kommen zwei Signale raus. Also ist Stereo links und rechts. Man kann Mitte und Seite aber auch betrachten von einem Stereo-Feld. Das heißt, Mitte ist das, was aus beiden Boxen gleichzeitig und mit gleichem Pegel rauskommt. Und Seite ist alles, was dann im Unterschied dazu stattfindet auf den Boxen. Also was zum Beispiel nur auf der linken oder auf der rechten Seite stattfindet. Oder eben im Stereo-Feld, im Diffus-Feld, was aber eben nicht auf beiden Boxen gleich ist. Und jetzt wirst du dich fragen, warum soll das zu meinem Vorteil sein? Naja, die Anteile im Mittensignal, die sind immer sehr dominant, weil die sollen ja bei einem Hit gut verständlich sein, immer voll da sein. Aber ich finde, die meisten Gimmicks sind eigentlich verteilt im Seitensignal. Und dafür ist ein kostenloses Plug-in, wie eben BX Solo hier, bestens geeignet, um da mal hinter die Fassaden zu schauen. Denn du hast hier zwei Knöpfe, mit denen du dir bei jeder Spur, die du drauf hast, einfach mal das Mittensignal-Solo anhören kannst oder das Seitensignal. Und speziell im Seitensignal verstecken sich meiner Meinung nach die meisten Gimmicks. Und wir hören mal eine aktuelle Produktion rein, die ich hier vorbereitet habe. Und zwar den Song Champion von Bishop Briggs. Und wir können ja mal reinhören, was ich hier als erstes höre auf den ersten Metern. Ich erzähle dir einfach mal, was ich höre. Und vielleicht inspiriert dich das dann schon, in deine Lieblingsproduktion mal reinzuhören mit BX Solo, um einfach mal zu gucken, was sich da hinter den Kulissen versteckt. Also ich aktiviere mal hier nicht nur das Plug-in, das ist schon aktiviert, sondern aktiviere auch den Knopf Seite Solo. Und jetzt hören wir nur das Seitensignal. Aufgepasst! Also ich höre als erstes, höre ich einen leichten Hall auf der Hauptstimme, die in der Mitte singt. Dann höre ich zwei Gitarren, die wahrscheinlich gedoppelt sind und die so gut gedoppelt sind, dass die auf der linken und auf der rechten Seite komplett unterschiedlich eingespielt worden sind. Weil wenn sie komplett gleich wären, dann wären sie ja im Mitte-Signal, dann würden wir sie jetzt gar nicht hören, dann würden sie ausgelöscht werden. Aber so kann man auf jeden Fall sagen, dass diese Gitarre, die wir in der Produktion hören, dass die links und rechts außen komplett eigenständig eingespielt wurde und dann auch richtig fett im Stereo-Feld auftaucht. Wir können ja mal kurz die Originalproduktion anhören. Mal gucken. Achte mal auf die Gitarre. Okay, klasse. Da kann man auf jeden Fall schon mal hören, die Gitarren sind für diesen großen Stereo-Sound, der da auch schon in der Strophe drin sind, auf jeden Fall links und rechts gedoppelt. Also schon mal ein Secret, ein Geheimnis schon mal enthüllt. Hören wir mal an der Stelle weiter. Wir gehen jetzt in den Pre-Chorus rein und gucken mal, da kommt eine Stimme dazu von der Frau. Hören wir mal. Zwei Dinge, die ich höre. Auf der einen Seite wird die Hauptstimme gedoppelt und weil wir sie so gut jetzt im Seitensignal hören, wird auch das gedoppelt sein, links und rechts. Das heißt, wir hören mal kurz an der Stelle rein, wie es im kompletten Mix klingt. Okay, wir haben da also einen wirklich großen Effekt, wenn die Stimmen dazukommen, auf der linken und auf der rechten Seite. Und es liegt einfach daran, wie wir jetzt gerade am Abhören des Seitensignals gehört haben. Dass die wirklich komplett eigenständig eingesungen wurden, also nicht irgendwie künstlich erzeugt, sondern wirklich eingesungen wurden, nach links und rechts außen hart gepannt wurden. Und dadurch kommt dann dieser große Klangeindruck auf jeden Fall zustande. Wie gesagt, alles, was wir beim Seitensignal hören, ist entweder nur auf der linken Seite, nur auf der rechten Seite oder so auf beiden Seiten unterschiedlich, dass es eben nicht in der Monomitte stattfindet. Aber das ist wirklich nur der theoretische Teil. Ich finde die Inspiration viel größer, hier reinzuhören, was noch passiert. Wir haben nämlich zum Beispiel auch gerade ein Klavier gehört, was dazugekommen ist. Wir können ja mal kurz in die Hauptproduktion reinhören, wie das Klavier da dazukommt. Auch da, das Piano kommt mit einem einzelnen Ton rein und wirkt aber richtig groß. Und wenn wir jetzt das Seitensignal Solo abhören an der Stelle. Ist die Tatsache, dass wir das da auch hören können, ganz klar ein Indiz dafür, dass es wirklich ganz groß Stereo gemischt wurde und relativ wenig Monoanteile hat, dass es also vor allem auf den Seiten auch wirklich präsent gemacht wurde. Das heißt, wenn du auch da so einen Effekt haben willst, so ein großes Piano mit einem Solo, mit einer einzelnen Note zu haben, denk mal darüber nach, sie vielleicht sogar einfach zweimal einzuspielen, nicht quantisieren und dann hast du auch diesen großen Effekt auf jeden Fall an der Stelle. Und was hören wir noch? Ich glaube, ich habe ein bisschen Beat gehört hier. Wir hören ein bisschen die Snare. Das heißt, bei der Snare scheint auch eine Stereoverbreiterung drauf zu sein, die eben nicht nur die Mono-Snare in der Mitte betrifft, sondern die Snare auch insgesamt größer macht. Vielleicht ist da mit einem Wider-Tool zum Beispiel gearbeitet worden oder mit einem Hall, der dafür sorgt, dass die Snare im Prinzip im Stereo-Panorama noch ein bisschen größer gemacht wird. Also du hörst schon, man kann eine ganze Menge herausfinden aus den Produktionen und man kann sich da wirklich inspirieren lassen. Und deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, nimm dir einfach mal zwischen den Tagen ein bisschen Zeit, nimm dir drei oder vier von deinen Lieblingssongs und hör sie einfach mal nur im Seitensignal ab. Du wirst feststellen, da sind fantastische Dinge in der Produktion versteckt. Und ein Tipp noch am Rande, das funktioniert am besten mit gutem Ausgangsmaterial. Wenn du also ein schlecht codiertes MP3 hast, dann hörst du eine ganze Menge digitales Gebrösel. Du hörst zwar auch die Geheimnisse, aber dieses digitale Gebrösel kann das so ein bisschen überdecken. Aber hier so ein Ultra-HD-Datei, wie ich sie mir hier zum Beispiel bei Amazon gekauft habe, das ist eine beste Voraussetzung. Oder aber du nimmst direkt die Songs von deiner CD. Auch damit funktioniert das wunderbar. Ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen von mir, dieses Tool mal auszuprobieren und einfach mal so nerdig hinter die Fassaden von einer Produktion zu gucken. Und wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten wie immer nur das Beste. Mach's gut und Yassu!